Vielen Dank, Nils. Meine Damen, meine Herren, im Zentrum unserer Beratungen in dieser Woche wird natürlich die Entwicklung der Corona-Pandemie stehen, die Bewertung der Bund-Länder-Gespräche vom gestrigen Tag und natürlich die Beratungen zum Infektionsschutzgesetz auch im Deutschen Bundestag. Gestern hat es eine Konferenz von Bund und Ländern gegeben, die vom Verfahren her nicht überzeugend war. Das Kanzleramt hat versucht, die Landesregierungen mit neuen Vorschlägen zu überfahren. Unter den vorgeschlagenen Maßnahmen war eine Quarantäne schon bei einfachsten Erkältungssymptomen. Unter den vorgeschlagenen Maßnahmen war die Halbierung des Schulunterrichts. Das wirkt aktionistisch. Wir brauchen nicht jede Woche neue Maßnahmen, nicht jede Woche eine neue Verunsicherung der Menschen. Wir brauchen eine Corona-Strategie, die dauerhaft durchhaltbar ist. Insbesondere sollte die Wirkung der bisherigen Kontaktbeschränkungen abgewartet, analysiert werden. Wir müssen prüfen, ob die pauschalen und flächendeckenden Schließungen von Gastronomie, Kultur oder anderen Betrieben wirklich notwendig waren. Wir glauben, sie waren nicht notwendig. Wir wollen das Land nicht komplett lahmlegen. Trotz der Notwendigkeit des Gesundheitsschutzes dürfen wir nicht schon wieder Millionen Familien mit ihren Kindern und Jugendlichen allein lassen, im Stich lassen. Und wir dürfen nicht erneut zulassen, dass insbesondere die Schwächsten nicht ihr Grundrecht auf Bildung realisieren können. Luftfilter in Klassenräumen wären da die bessere Alternative, als Familien im Stich zu lassen und jungen Menschen ihr Recht auf Bildung vorzuenthalten. Im Übrigen finden wir diese Art von Hinterzimmerpolitik angesichts der massiven Grundrechtseingriffe problematisch. Maßnahmen sollten in der Öffentlichkeit auch mit Erklärungen zur Wirksamkeit debattiert werden, und zwar bevor sie entschieden werden. Leider greift in diesem Zusammenhang auch das neue Infektionsschutzgesetz zu kurz. Wir haben einen präzisen Gegenvorschlag in die Beratungen eingebracht. Für uns ist der Handlungsspielraum der Regierung beim Eingriff in Grundrechte unverändert zu groß. Das bleibt verfassungsrechtlich fragwürdig. Und im Übrigen ist das politisch keine Grundlage, um Akzeptanz dauerhaft zu sichern. Klar muss sein, welche Grundrechtseingriffe angemessen in genau welcher Lage sind. Die Regierung versäumt es aber, klar zu definieren, welche Maßnahme in welchem Szenario gerechtfertigt ist. Und deshalb hat dieses auch geänderte Infektionsschutzgesetz unverändert den Charakter eines Blankoschecks für die Verwaltungen. Es gibt von dieser gesetzlichen Grundlage keine klare Richtungsweisung auf Maßnahmen und wann sie genau angemessen sind. Die Juristen sagen, der Bestimmtheitsgrundsatz ist unverändert verletzt und damit auch der wesentliche Kritikpunkt der juristischen Sachverständigen in den Anhörungen zu diesem Gesetz. Für uns ist zudem die Alleinorientierung auf die Zahl der Infektionen zu kurz gegriffen. Hier gibt es auch andere Integratoren. Und die Bundesregierung wollen wir verpflichten, dem Bundestag eine umfassende Krisenstrategie vorzulegen, die dann auch debattiert werden kann. All das fehlt. Und da all das fehlt, werden wir dem Paragrafen 28a in der Fassung der Großen Koalition auch nicht zustimmen. Zum Zweiten freuen wir uns über die Erfolgsmeldungen bei der Suche nach Corona-Impfstoffen. Es ist erfreulich, dass ein solcher auch auf der Grundlage von Forschung in Deutschland entwickelt worden ist. Dieser Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit. Dieser Erfolg beruht auf gentechnischer Forschung. Gentechnische Forschung ist in Deutschland umstritten. Hier werden auch zu oft Steine in den Weg gestellt. Gerade jetzt in der Situation der Pandemie hat sich aber auch die segensreiche Möglichkeit der Gentechnik offenbart. Bei allen Risiken, die man sehen muss, ist eine neue Offenheit für Innovationen in diesem Bereich angezeigt. Wir wollen mehr Forschungsfreiheit und wir wollen weniger falsche, unbegründete Voreingenommenheit. Wir wünschen uns ein Aktionsprogramm für den Gentechnologiestandort Deutschland. Dazu haben wir eine Initiative vorgelegt. Es geht um bessere steuerliche Anreize, Konzepte für Wagniskapital, eine Anpassung von Gesetzen an den jeweiligen Stand der Forschung und eben auch eine Stärkung der Akzeptanz für dieses Forschungsfeld. Sprechen wird übrigens unser Wirtschaftsminister aus Rheinland-Pfalz und Generalsekretär Dr. Volker Wissing. Herr Wissing führt ja die Biontech-Akten in seinem Ministerium in Rheinland-Pfalz und kann insbesondere darüber berichten, was eigentlich passiert wäre, wenn seine unmittelbare Vorgängerin von Bündnis 90 Die Grünen noch im Amt geblieben wäre mit dem Gentechnik-Standort Rheinland-Pfalz und speziell diesem Unternehmen. Drittens der Autogipfel, der heute stattfindet. Die Corona-Krise ist auch eine wirtschaftliche Krise. Millionen Menschen bangen um Arbeitsplätze und vielleicht gar um ihre wirtschaftliche Existenz. Die Automobilbranche ist mit einer dreifachen Krise geschlagen. Corona, die Entwicklung auf den Weltmärkten hinsichtlich der Handelsregeln und die große Transformation hin zu Digitalisierung und Dekarbonisierung, sprich CO2. Die Europäische Kommission beabsichtigt nun, einen Euro-7-Abgasstandard einzuführen. Die Euro-6-Grenzwerte sind bereits außerordentlich scharf. Die hochmodernen, hocheffizienten Verbrennungsmotoren der Euro-6 sind bereits außerordentlich sauber und sparsam. Jetzt eine Euro-7-Norm ist eine große Gefahr. Entweder müssen Milliarden investiert werden, um die letzten Prozentpunkte des Wirkungsgrades beim Verbrennungsmotor nach rauszukitzeln. Investitionen, die fehlen für die wirklichen Zukunftsantriebe, die wir für die 30er und 40er Jahre brauchen. Oder, um diese Kosten zu vermeiden, weil sie nicht rentabel sind, werden sich Hersteller viel früher vom Verbrennungsmotor verabschieden und damit vorzeitig tausende Arbeitsplätze abbauen und Alternativen für bezahlbare individuelle Mobilität werden nicht zur Verfügung stehen. Deshalb muss die Bundesregierung solche Pläne frühzeitig modifizieren und auf ein Maß der Vernunft und Verhältnismäßigkeit zurückführen. Unser Vorschlag ist eine Technologiegarantie für zehn Jahre. Dazu müssen die Gesamtemissionen aller Antriebe transparent verglichen werden. Dafür brauchen wir keine Kaufprämie für batterieelektrische Autos. Da brauchen wir schlicht die Technologieoffenheit für alle Antriebe und nicht allein Quoten oder Subventionen. Ja, und zuletzt, wir haben in unserer virtuellen Fraktionssitzung heute den Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa AG, Carsten Spohr, zu Gast. Wir sprechen mit ihm über die Lage der Luftfahrtwirtschaft in Deutschland, die wir mit großer Sorge beobachten. Auch hier sind hunderttausende Arbeitsplätze bedroht. Wir wollen mit Herrn Spohr als einem der führenden Vertreter der Branche darüber beraten, wie der Luftverkehr sukzessive auch unter Pandemiebedingungen wieder möglich gemacht werden kann, wie er hochgefahren werden kann. Wir schlagen in einer Parlamentsinitiative, die in dieser Woche am Freitag beraten wird vor, die Risikobewertung bei Reisezielen differenzierter vorzunehmen, statt pauschal Beschränkungen zu verhängen. Die Standortbedingungen für diese jetzt sehr stark gebeutelte Branche müssen wir ebenfalls pflegen. Dazu würde gehören, die international besonders belastende Luftverkehrssteuer abzuschaffen. Sie wissen, der Luftverkehr ist in den CO2-Zertifikatehandel ohnehin bereits einbezogen. Insofern gehen von dieser Luftverkehrssteuer auch keine zusätzlichen Anreize für Klimafreundlichkeit aus. Die war also schon immer eigentlich in der Sache unsinnig und ist jetzt für die wirtschaftliche Erholung dieser wichtigen Branche ein zusätzlicher und deshalb abzuschaffender Bremsklotz. Soweit von mir. Gibt es Fragen? Frau Becker? Ich bin die zweite Frage. Ich habe eine Frage zum Aufentwickel. Es steht vor der LKW-Abgangspinie. Was seid ihr denn da? Und die zweite Frage im Infektionsschutzgesetz. Sie haben mich schon eingedeutet, wie sieht das sehr kritisch, was da morgen abgeschrieben wird wahrscheinlich. Erlegen Sie denn jetzt schon, wir haben ja den Pflegevorschlag, aber erlegen Sie denn jetzt schon den Gang nach Klaas, oder? Das ist schon eine Diskussion, die wir in den Hintergrund schon mal geführt haben. Oder ist es eher so die Maßnahme, dass wir jetzt doch nochmal mit den Regierungsfraktionen reden und auch den Pflegevorschlag überlegen könnten? Mein Vorschlag war ja jetzt auch sehr kritisch. Ja, das ist allerdings auch ein sehr rasch vorangetriebenes Gesetzgebungsvorhaben. Uns ist der Vorschlag der Regierung nicht bestimmt genug. Es ist nicht klar, welche Grundrechtseingriffe, welche Freiheitsbeschränkungen sind bei welcher Lage der Pandemie statthaft. Diese Klarstellung fehlt und deshalb ist dieses Gesetz eine wackelige Rechtsgrundlage. Dem würden wir nicht zustimmen. Wir haben deshalb bessere Gegenvorschläge gemacht. Überklagen kann und will ich jetzt heute aber noch nicht spekulieren. Das Gesetzgebungsverfahren ist ja noch nicht am Ende. Ich halte nichts von Abwrackprämien, Subventionen, Kaufprämien irgendeiner Art. Was man der Branche anbieten kann und muss, sind faire Rahmenbedingungen. Also nicht nochmal verschärfte Abgasgrenzwerte, wo wir ohnehin schon besonders ambitionierte Anforderungen an CO2, Sparsamkeit und an Luftqualität haben. Das lenkt nur Geld um. Ich glaube, darauf sollten wir verzichten. Dann erübrigt sich auch eine Diskussion über zum Beispiel Abwrackprämien oder Kaufquoten. Ich verstehe. Der Finanzgesetzgesetz ist nicht nur durch den Bundestag, sondern es soll auch durch den Bundesrat. Es gibt ja nun mehrere Länder, wo Ihre Partei mit in der Regierung sitzt. Welche Empfehlungen zum Abstimmungsverhalten legen Sie Ihre Partei? Darüber wird beraten, auch jetzt zur Stunde gerade in Landeskabinetten. Unsere Regierungsbeteiligungen sprechen überwiegend über freie Hand. Sprich, dass es eine Entscheidung darüber erst im Lichte auch der Beratungen des Deutschen Bundestages gibt und nicht bereits jetzt in den Kabinetten Vorfestlegungen getroffen werden. Ja, das wird eben jetzt noch zu schauen sein, was konkret passiert in der zweiten Lesung. Ich kann aber jetzt da den Entscheidungen aus den Ländern nicht vorweggreifen. Es gibt heute jedenfalls auch noch Abstimmungen in unserem, wie wir sagen, Kamin, also dem Kreis, Bundestagsfraktion und FDP-Regierungsbeteiligungen. Und dann werden wir uns darüber auch noch austauschen am heutigen Abend. Weitere Fragen? Eigentlich kam es vor allem ein Verteidigungsplanungsgesetz. Was halten Sie davon? Und Sie möchten ja trotz aller Vorschläge von Emmanuel Macron weiter eng mit dem Bundesrat zusammenarbeiten. Ist das der richtige Weg? Und was heißt das für die Verhältnisse? Ich halte nichts von dieser Polarisierung entweder europäisch oder transatlantisch. Wir müssen selbstverständlich als Europäerinnen und Europäer auch in Sicherheitsfragen wieder handlungsfähig werden. Aber auf der anderen Seite darf das doch nicht gegen die Bemühungen um eine intensive transatlantische Partnerschaft gerichtet sein. Ich verstehe also nicht, dass die Lehre der Geschichte, dass Europa und die Vereinigten Staaten eng zusammenarbeiten, warum gegen diese Lehre der Geschichte der französische Präsident so stark auch polemisiert. Und auf der anderen Seite können wir nicht auf Dauer glauben, dass die Vereinigten Staaten alleine für unsere Sicherheitsinteressen eintreten werden. Also ein kluger Weg ist möglicherweise der genau in der Mitte. Europa handlungsfähig machen, Befähigungen in Europa entwickeln. Aber das eingebettet immer natürlich unser westliches Verteidigungsbündnis in Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Das Verteidigungsplanungsgesetz, das kenne ich auch nur als ein Schlagwort. Deshalb kann ich dazu auch noch nichts sagen. Ja, vielen Dank.